Das Koala-Kaddelband kann ganz einfach angelegt werden. Sie müssen es einfach nur anziehen, genau wie Sie es mit Ihrem Lieblingst-T-Shirt tun würden. Bevor Sie das Kind positionieren, ist es wichtig, die Rückenlehne einzustellen und die Schulterbänder zu verbreitern. Denken Sie auch daran, die Ringe ohne das Baby gut anzuziehen. Dies wird Ihnen helfen, das Baby richtig zu positionieren. Sobald das Bein des Babys eingeführt ist, denken Sie daran, den Stoff gut unter dem Po auszubreiten, um die M-Position zu gewährleisten. Sie werden sehen, dass es in Rekordzeit mit Ihrem Geruch einschlafen wird. Das Stützwand ist nützlich, um dem Rücken des Kindes mehr Unterstützung zu geben. Binden Sie den Gurt unter den Po des Babys, damit Sie das Gewicht des Babys besser tragen können. Wir haben gedacht, dass Sie eine Tasche für Ihre wichtigsten Utensilien während Ihrer langen Spaziergänge gebrauchen könnten. Das Anlegen und Abnehmen des Koalakaddel ist sehr einfach. Sie können es überall und ohne fremde Hilfe tun. Und wenn Sie so gut sind wie unsere Elisa, werden Sie es sogar schaffen, dabei Ihr Kleines nicht aufzuwecken. Öffnen Sie die Ringe ein wenig, um das Band leichter zu entfernen. Und packen Sie es wieder in seine Tasche, wo es für den nächsten Spaziergang einsatzbereit ist.